so vielleicht machen wir das auch nur so dass wir das dass wir hier die die Säulen, die Dings oder das lassen wir, können wir eigentlich auch beides lassen so ein für sich dass man hier so einen kleinen Eingang hat ich meine ich kann das auch mal ich das so wieder nach vorne ziehe ein wie würde das denn aussehen ja so kann man das natürlich auch machen, da hat man hier so zack da kann man hier so rein das ist doch auch cool kann ich mir jetzt hier sag ich mal noch so ein ähm Schild machen, was ich natürlich jetzt nicht machen kann 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 1 und dann haben wir drei Schilder dann ist das Inventar ja natürlich gar nicht mehr weiter voll haben wir da ein Schild hin was natürlich nicht geht Scheiße dann machen wir das hier hin da schreiben wir dann hin Gleis 1 A Richtung Richtung wissen wir noch nicht Gleis 1 A Richtung wissen wir noch nicht so da haben wir dann Gleis 1 und dann kann man hier hin und dann kann man hier in die ins Minecart rein warte mal ich weiß gar nicht wie wie ging das ging das so oder so oder so ich weiß es gerade gar nicht Scheiße man wie ging Minecart war es mit Eisen ja sehr gut Lore genau die brauche ich ähm was schmeißen wir denn jetzt raus hier drei Eier die brauchen wir nicht so siehst du dann kann man hier jetzt mal hin dann wenn ich jetzt hier kann ich nicht hier ne das geht nicht so dann kann man die hier hinstellen dann kann man sich hier reinsetzen und dann kann man hier losfahren so siehst du ist doch cool ne so und vielleicht kann man jetzt hier auch noch mal werde ich noch mal gucken da werde ich bestimmt hier mal was mit unseren Glowstones machen kann ich mir vorstellen ey jetzt fährt das Ding hier weg oder was komm wieder zurück sehr gut so aber so habe ich mir das dann halt vorgestellt und jetzt werde ich das hier halt auf der Seite auch mal machen ähm und dann sollte das eigentlich passen ich muss jetzt nur mal gucken wo haben wir denn hier haben wir die Treppen gebaut ne ups ne nicht da aber hier so ich weiß auch noch nicht ob das so bleiben wird mal gucken ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben was ihr so wie ihr das so findet ob das so bleiben soll oder nicht und äh ansonsten bauen wir das nochmal um das ist ja auch kein Thema so da haben wir die das heißt 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 wo haben wir den Zaun da das heißt hier haben wir den Zaun nicht wahr kann man hier sag ich mal sagen komm hier haut mal ne Fackel hin so und ähm genau und dann hatten wir was hatten wir denn da das ist schon wieder alles vergessen da hatten wir nur die Slabs und danach hatten wir glaube ich die das sind ja alles nur Slabs ne ja ok gut alles klar dann benutzen wir hier die ganzen Slabs so und dann halt da die anderen die ganz normalen Coppels Stones hier haben wir wieder Wasserfluten so schließen ist das die Höhe eigentlich ja ne warum mach ich da denn eine Treppe hin ey ich bin ja auch ein bisschen durch ne wahrscheinlich noch der Stress von der ganzen Woche hier da bin ich echt irgendwie ein bisschen fertig von irgendwie voll mitgezogen heißt auf einmal hab ich die ganzen Tage auf abgemischt durchgemischt und so da dachte ich ja am Donnerstag wäre schon Freitag und solche Scherze und dann ja dann hatte ich musste ich dann noch ein Meeting machen für die ganze Organisation fürs Theaterspiel und so und dann musste ich die ganzen Leute ran ran holen und dann hatte ich aber gesagt hatte ich aber gedacht dass ich am Donnerstag hatte ich gedacht dass ich schon Freitag wäre sprich am Freitag war ich gar nicht da war ich da woanders war ich da ähm ja außerhalb war und dann hab ich gedacht so ja am Freitag also quasi war dann Donnerstag da hatte ich aber gedacht dass Freitag wäre und dann hab ich gesagt nö das Meeting müssen wir leider verschieben da bin ich gar nicht da ja und dann hatte ich aber dann am als ich dann Freitag in der in der Dings stand in der Schule stand und dann äh gesagt hab ja Mensch scheiße heute ist ja Freitag ne das heißt wir hätten ja doch eigentlich das Meeting machen können aber ne dann hatte ich gedacht nö weil ja ich gar nicht eigentlich da war und so und dann haben wir das dann haben wir das halt nicht gemacht und das ging dann natürlich auch aber war halt blöd und hier haben wir irgendwie voll die Wasserflüteinbrüche ich weiß gar nicht was ist denn da ey was ist denn hier so spannendes ey ach das ist jetzt hier die Ecke okay das heißt ach du scheiße alter ey ich mach tatsächlich mal alles zu jetzt so zu wasser weg siehste so ich weiß gar nicht wie weit ich hat wie weit hatte ich denn da gegraben so auf jeden Fall eins zwei und da soll ja die Wand hin ne das heißt hier müssen wir das ja wieder rausholen schaufeln wir gleich ich grab einfach nochmal ein Stückchen weiter ähm ja eigentlich ja bis da wo er wo ich die Wand aufgehört habe also quasi bis hier habe ich gegraben das heißt ein Stückchen noch alter wir kriegen so viel verdammt viel wir kriegen so viel Koppelstone jetzt mit dem mit der ganzen Sanktion hier also wenn ihr irgendeine Idee habt ja was man mit Koppelstone schönes anfangen kann dann lasst es mich wissen weil dann können wir hier mal ein bisschen unsere ganzen Kisten damit entleeren alter wo kommt mir jetzt schon wieder das Wasser her nein Wasser ich hasse Wasser ups boah Wasser 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 Was da los was da los was da was da los was da los so ah Nase juckt so ähm ne aber auf jeden Fall wenn ihr irgendwas wisst shit das war falsche Dings aber wenn ihr irgendwas wisst was man mit Koppelstone anfangen kann denn oder mit Cleanstone oder mit anderen Stone oder was auch immer denn let me know lass es mich wissen denn dann können wir damit ein wenig was verbraten denn dann brauche ich das nicht einmal in den Taschen rumtragen weil weißt du auf die Dauer wird das auch allmählich schwer weißt du dann hängt der Sack immer so ähm ja er hat Sack gesagt na lustig ja hab ich hab ich hab ich ähm und dann können wir können wir das alles regeln soweit so scheiße ich hab schon wieder keinen Platz mehr sehe ich anscheinend gerade ähm dann laden packen wir mal hier so ein bisschen was in die Kiste rein ne wir haben ja nichts Koppel 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 Wolle Pflastersteinstuhl achso ne die brauche ich ja ha das kann da weg das kann da rein das kann da rein ah das kann da auch rein so den Rest behalte ich aber ja hier sieht das so ein bisschen nach Baustell aus aber es sieht auch schon ein bisschen nach was ähm ja nach was gut aussehen aus hab ich so das Gefühl aber äh man kann sich natürlich auch täuschen so jetzt haben wir hier den ganzen Koppel nochmal raus und hier den ganzen Koppel nochmal raus bam 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 tick 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 klock klock so ähm denn ähm ähm ja ich weiß nicht die ganze Zeit husten das kann auch sein dass mein Popfel ja die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen riecht was er natürlich auch tut aber ähm dass ich dadurch irgendwie Hustenreiz kriege keine Ahnung voll merkwürdig gerade aber naja so achso jetzt brauche ich die Schaufel ja wieder die haben wir auch da noch mit E dabei äh 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 ah Schaufel 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 nein wieder Wasser ich hasse doch Wasser warum alles geflutet hier Schwör, da kommt noch mehr Siehst du, sag ich doch Boah Gott, ey Warum so viel Wasser? Ey, ich komm hier gar nicht mehr klar im Lieb Hallo, ich komm hier gar nicht schon mal klar, ey Mach zu den Shit So, geht doch Na, hoffentlich kommt da nicht noch eine jetzt War so klar, war so klar Und noch eine, komm Och, schade Ich hab mich jetzt so auf das Wasser gefreut So, aber okay Dann, äh, halt nicht, aber das ist auch gut so So, pass auf, ich hau hier jetzt erstmal die Koppelwand rein So So, 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 aha Voll toll, voll krass, voll konkret, voll krass Wer hat deine Mutter an den Arsch gefasst? Äh, äh, was? Hallo? Was geht jetzt los hier? Das muss man aber aufpassen hier So Nein, nein, ich wollte ja gar keinen beleidigen Aber deine Mutter Nein, Quatsch Die sind auch schon out Deine ganzen, die ganzen Deine Muttersprüche Alter, er stannert schon wieder, ey Was geht denn jetzt schon wieder, ey? Ich will keinen Donner Leck mich doch am Sack Na, wer kennt's, ha? Schreib's in die Kommentare Wenn du das Lied kennst Haha Ich find den Film so cool Ach ja So So, 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 so So langsam So langsam So langsam Äh Da Äh Da Äh Wo hab ich denn? Hab ich denn? Hab ich denn? Ah Okay 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 Ach, scheiße Jetzt hab ich davon nur noch drei Zack Zack Ähm Joa Dann haben wir da nur noch drei von Müssen wir neue machen So Und dann kommen da wieder schöne Corpals rein Ah, genau Bei mir über das Gesicht Am besten Damit ich auch Alter Mich auch so sehr viel gut sehen kann Weißt du Bescheid, ne? So Dann, äh Machen wir nochmal eben kurz ein paar Eisengitarre Gitarre Klick So Ach, da wollte ich gar nicht hin Neun So Ähm Ähm Am, 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 am Das kommt mal hier hin Und genau Das hier hin Und Das dahin Und Das, das, das Das, das Das Alter Dieser Donner Der macht mir gerade voll die Einbrüche Mann Kannst dich nicht mal verpissen, ey Ich hab besseres zu tun So Ähm Dann Machen wir hier Zack, 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 zack Ups Äh Zack, 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 zack Bumm Und Hier nochmal Nur das Problem, was ich gerade irgendwie glaube zu erahnen Ist, dass wenn wir jetzt, sag ich mal, beispielsweise Sekunde, ich mach das hier immer eben kurz fertig, dann erzähl ich euch das Ähm, das wird natürlich noch lustig Ich weiß zwar noch nicht jetzt gerade in dem Augenblick, wie ich es lösen möchte, aber Wir werden irgendeine Lösung dazu finden Definitiv So, da kommt der rein Da kommt der, da, da kommt der Und da kommt der So, beispielsweise, ja Wir haben jetzt Die, das Gleis Wollen wir jetzt nach, nach links verlegen Das ist ja Gar kein Problem Sekunde nochmal eben So, ähm, wieder da Ne, das Gleis Wollen wir jetzt gleich 1A Wollen wir jetzt auf, ähm, links rumlegen Wenn wir jetzt gleich Das weiter links rumlegen wollen Ne, das geht Vergiss es, vergiss es, vergiss es Gerade der Groschen gefallen Das wird doch alles hoffentlich funktionieren So, und dann machen wir hier einfach Machen wir hier einfach Gleis Machen wir das gleich 2 oder 1B Ne, ich mach das 1A 2A Und dann Richtung Punkt, Punkt, Punkt War ja das Endziel Das wissen wir ja noch nicht So Ja, aber so ist das alles Geplant Siehst du Jetzt haben wir hier schon zwei Dingsbums Ne, da haben wir jetzt zwei Dinger Und dann Passt das So, ich hab mal eben Zwei Screenies gemacht Jetzt machen wir hier Das mal eben richtig So Zack So, jetzt können wir hier Natürlich nochmal eben Das mach ich noch Das ist dann das Letzte auch Dann mach ich nämlich Ne Aufnahmepause Weil das schon wieder Viel zu spät ist Aber es ist ja Wochenende Von daher Ging das ja jetzt So, aber dann kann ich Den ersten Schub Schon mal wieder rendern Und so weißt du ja Wie das dann ist So, ne So, dann knallen wir Das hier alles noch hin So, so, so So, so Ist ja gerade ein Creeper explodiert Alter, mach keinen Scheiß Ja, aber so sieht das Das Ganze aus Momentan Ja, und jetzt mach ich Erstmal eine Aufnahmepause Vielen Dank fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat Daumen hoch Gute Gebt mir konstruktives Feedback Wie ihr das findet Wie man das Vielleicht noch besser machen kann Ne, das ist ja noch nicht Alles noch gar nicht fertig Aber schon mal so ein bisschen Der Anfang Und ja, dann sehen wir uns Hubsa In der nächsten Folge wieder Bis dahin Haut dir rein Bis dahin Ciao Ciao